Ja, hallo Freunde, ich bin Christian Schaumacher, Paterhofer, Beziehungscoach und ich versuche mal wieder meinen Chronistenpflichten hier ernst zu nehmen und ja, mein Liebling ist ja gerade die Kinder vom Bahnhof Kofangang, wie ich immer sage. Also Kate Koslowskaja und Julian Zietloh, der gerade in dieser Folge nicht so richtig auftritt, hoffe, der kommt bald mal wieder und Künam und jetzt haben wir Kate, große Frage ist ja, sind sie noch verlobt oder nicht und wo ist Kate überhaupt, Kate? Also sorry, wenn ihr ernsthafte Dating-Videos oder Beziehungsvideos erwartet, einfach mal weiterklicken, das ist hier unsere Trash-Ecke. Wo ist Kate? Kate ist in einer etwas spartanisch wirkenden Schönheitskliniken, irgendwo im tiefsten, keine Ahnung, Mongolei, Usbekistan, Russland, wir wissen es nicht, Russland wahrscheinlich und ja, nicht, dass ihre letzte OP ja erst irgendwie drei Monate her ist oder so oder vier, keine Ahnung, oder fünf, aber nicht lange auf jeden Fall. Wird natürlich als erstes erstmal wieder, gut, davor gab es auch noch ein paar Stories, erstmal wieder für Onlyfans Werbung gemacht. Ja, es ist gut, dass es ihr Lebensunterhalt, was soll man sagen. Und wir hören mal rein, ich kann jetzt schon sagen, es ist, sie ist da scheinbar unter irgendwelchen, weiß ich nicht, ob sie da gerade was zum Einschlafen gekriegt hat, aber gut, sie hat sie auch hochgeladen und dann können wir uns ja mal angucken, würde ich sagen. Ja, also, ich habe das Gefühl, sie hat Brust-OP gemacht, von den Pflastern her zu sehen, wenn man sich fragt, ey, macht ihr jetzt ernsthaft nach der ersten Brust-OP drei Monate später eine weitere? Also, es wirkt jetzt auch nicht so, als wenn das irgendwie Rotwennier-Eingriff gewesen wäre. Ja, aber natürlich sieht man das ja mittlerweile, also früher wurde das ja so ein bisschen verschämt gemacht, so Lippen aufspritzen und so, heutzutage, ja, postet man sich schon mit den Einstichstellen, was natürlich so cool ist und also, sie hat natürlich einen Punkt, sie darf mal mit ihrem Körper machen, was sie will, das sagt sie gleich auch nochmal, absolut richtig, aber ich meine, ich gebe dir so Beispiele von Leuten, die einfach so absurde Brustvergrößerungen, Povergrößerungen, Lippenvergrößerungen gemacht haben, es einfach nur noch unnormal aussieht und manchmal das Gefühl, das ist wie so eine Sucht, da fängt man mit an und da muss man noch was machen und noch was und noch was und noch was und was ich so schade, also abgesehen davon, dass man den Körper, finde ich, nicht ständig operieren muss, aber gut, muss er ja selber wissen, zerstört es auch so die Proportionen total, ne? Also, sie ist ja sehr schlank und dann gibt es die passenden Brüste dazu, sage ich immer und auch wenn da so Riesenfußbälle dran sind, wie so draufgetackert, weiß ich nicht, ne? Weiß ich nicht, weiß ich nicht. You know, girls, what? Like, literally, no matter where you are, how late you came home, if you are not dead, you have to do your skin routine. Okay, from girls on your skin routine, okay. And to make me sleep. So I want to sleep. Thank you. Ich weiß nicht mal, sind es die Medikamente oder ist sie einfach so, man weiß es nicht, ne? Guys, for your love and for support. And I wish you do whatever you feel to do. It doesn't matter what you said before and it doesn't matter what you're gonna say after. Ja, sie sagt also, mach was du willst und du kannst dich auch jederzeit umentscheiden. Ich habe es deswegen auch mal reingenommen hier ins Video, auch wenn sie da so ein bisschen speziell drauf ist. war ich das interessant, also sie nimmt halt so eine Extremposition ein, genau wie Julian übrigens auch, Julian Zietlow, ne? Er sagt auch, ich will keinen machen, was ich will, ich kann Leuten in die Fresse hauen, ich, äh, ähm, ja, keine Ahnung. Ich mache, wenn ich Drogen nehmen will, nehme ich Drogen und, äh, äh, und irgendwo hat es, also finde ich, ich habe mal drüber nachgedacht, hat sie auch einen Punkt, natürlich, jeder von uns kann machen, was er will, ne? Also klar, ähm, es hat unter Umständen, hat es Konsequenzen, wenn du zum Beispiel illegale Sachen machst und du wirst erwischt, dann hat es natürlich Konsequenzen, aber jeder von uns kann erstmal machen, was er will und muss halt einfach nur mit den Konsequenzen leben. Insofern, ähm, hat sie da definitiv einen Punkt, ähm, was, äh, zwei Sachen stören mich da halt immer so total. Einmal, ähm, dass, wenn ich, wenn ich mir so eine hundertprozentige Freiheit in Anspruch nehme, begrenzt sich quasi automatisch in aller Regel auch die Freiheit der anderen, also zumindest begrenzt sie die Freiheit ihres Kindes, so, ne? Also, jetzt wird sie, glaube ich, gleich sagen, dass sie mal nach Peru will oder so, aber das Kind ja wahrscheinlich nicht mitkommt, vielleicht auch doch, weiß ich nicht, äh, aber das Kind muss natürlich auch ihre Konsequenzen mittragen, also das finde ich, unter Erwachsenen finde ich okay, aber, ähm, man kann wahrscheinlich viele Situationen jetzt sich vorstellen, wo das zu Problemen führt, aber das ist halt eine Extremposition, ne? Das Zweite, was mich so stört, ist, dass sie immer so tut, als wenn sie, genau wie Julian Zitlow auch, die Einzige ist, die es irgendwie gerafft hat und die Einzige, die das Leben richtig macht, ne? Also das, ach, das triggert mich immer. Ist natürlich auch klar, ähm, dass es in solchen, ähm, kann es natürlich auch kein Commitment geben, wenn du so eine Einstellung hast, weil du, dann sagst du ja, heute bin ich committed, morgen schlafe ich mit jemandem anders, äh, auch das, äh, vielleicht, ich weiß es nicht, vielleicht, ich frage euch, bewegt sich die, ähm, Welt dahin? Ich habe jetzt gelesen, Studie, ganz neue Studie über, äh, Generation Z, also die aktuell in den 20ern jetzt sind, ähm, dass da 40 Prozent offen sind für, äh, offen, für offene Beziehungen. Spannend, 20 Prozent der Frauen können sich nicht mehr vorstellen, in einer monogamen Beziehung zu sein. Da, äh, ich meine, ich will das jetzt gar nicht bewerten, vielleicht ist das der Gang der Dinge, vielleicht wollen wir das als Gesellschaft, ähm, ne? Oder jetzt die nachkommende Gesellschaft will das. Alles gut, ähm, finde ich auf jeden Fall spannend, ne? Es ist released. So happy. Und, ach, das wollte ich noch sagen, ist natürlich auch, sieht natürlich schlecht aus für die Verlobung dann, würde ich mal sagen, weil mit so einer Haltung, äh, lässt sich ja auch nicht einfangen. Aber viele Männer stehen auf so Frauen, die so, ich meine, ich bin so, Freigeist, ich mache, was ich will, ich schlafe, mit wem ich will, und es ist alles, äh, das, also für viele interessant, also Julian Zitlow finde ich auch viel interessant, muss man auch nicht bewerten, ist so. Äh, aber da kannst du natürlich keinen, ich weiß nicht, jemanden kann man ja nicht heiraten, außer so aus Gag oder so, ne? Also das soll aber auch sein. See you on the other side. I love you guys, I love you people on my Instagram. I love you haters. And this is, this is the topic that I want to share. I will share, like, openly and more with the bigger information later. Maybe we do live or Q&A, but now I want to share that my, my life and my set of being and my, uh, thing, thoughts and my feelings are changing every fucking day. I'm not, I'm not, I'm not a normal person, guys. I'm changing every minute. You can, you. Also Leute, wenn ihr sowas hört beim Dating, I'm not, ich bin keine normale Person und meine Stimmungen wechseln, äh, jeden Tag. Boah, ja, dann, äh, sollte man sich zumindest anschnallen, sag ich mal. Äh, und man weiß ja auch dann, was kommt, kann man nicht sagen, man wusste es nicht, äh, ja. Aber was wird da auch wieder, das nervt mich bei dem Julian ja auch mal so unendlich, dieses ich bin die Geilste, die Geilste, die Geilste. Wenn das nicht wäre, ich meine sowieso, einfach, einfach guten Unterhaltungswert. Wenn das nicht wäre, will ich noch sagen, okay, aber, ja. Ah, sie hat unterschiedliche Gesichtsausdrücke. Wahnsinn, ey, Wahnsinn. Two days I'm releasing, releasing, talking, talking my true out and it feels so good, so, so free now, uh, that I released it, something was Keenum, and now I'm releasing with you, because I was offline for two weeks, and just everything, I am the person, I have no choice not to leave my true, I have no choice, if, I have no choice, back then I lived three years in this, uh, in this, uh, fake, insecure, uh, not talking, uh, life, and I have no choice right now, because... Ja, also die drei Jahre sind wohl dann mit ihrem Ex-Mann oder was gewesen, vermute ich mal, und, äh, ja, wie gesagt, ist, äh, ich finde sie halt da definitiv einen Punkt, muss ich auch mal ganz ehrlich sagen, ähm, sie kann machen, was sie will, und wenn jemand meint, er muss sie einen Verlohnungsantrag machen, mit so einer Haltung von, ich ändere meine Meinung alle fünf Minuten und kannst von mir eigentlich, äh, nix, äh, erwarten, auf das, das ist natürlich auch so eine Sache, wenn wir so eine Welt haben, wo jeder, ich meine, ich, wie sag ich, das ist, das ist sowieso alles egal mittlerweile, aber muss, wenn das eine Welt ist, die wir haben wollen, okay, ähm, ich merke das ja auch, diese Tendenz, so sich bloß nicht festlegen, bloß nicht auf festlegen, auch nicht auf, es ist ja auch manchmal so schwierig, so Seminare zu planen, weil das dann wird dann so, eine Woche vorher kommen dann die Buchungen und so, oder Großteil der Buchungen, und, äh, das, das ist überall so, ne, oder ich merke es auch, das, ähm, kannst du mir nächste Woche mal eine Schippe leihen und dann, ja, klar, und dann zwei Tage später, nee, geht doch nicht, weil, keine Ahnung, alle Schippen weg, oder was, ich auch nicht, aber ich bin gar nicht im Land, oder ich bin, hab gerade keine Lust, dir die Schippe zu geben, also, das ist es dann auch, also, das heißt natürlich, das ist die, wir können das alle so machen, ne, aber das heißt, du kannst sich auf nichts verlassen, ne, dann gehst du morgens zur Schule, Lehrer hat keinen Bock, seine Arbeit zu machen, ne, oder Leute kommen, wann sie wollen, ne, was weiß ich, du willst, äh, Zahnarzttermin, ja, keine Ahnung, bin heute nicht da, Zahnarzt ist nicht da, hat keine Lust zu arbeiten, können wir alles machen, das sind dann die Konsequenzen, ne, ich denke ja immer so Mittelweg, also natürlich, äh, wollen wir nicht mehr so total festgetackert sein, aber, ähm, wenn man das zu Ende denkt, ähm, das ist, äh, spannender Gedanke, ne, da, wenn man das zu Ende denkt, heißt das, du kannst dich auf nichts mehr verlassen, so, ne, ja. oh, das lässt sich sein, das ist eigentlich was, äh, diesen ist ja, was, ähm, was Monet macht mich, äh, dieses mir gibt, äh, so, ne, du sost Läppert Alertt, So, yeah, I am changing and I am changing every day. And if I am not changing, means that I am not leaving my truth. So I am doing what is my truth right now. So, guys, like literally the channeling is open now. Under medical drugs. Also, channeling is open now. Also, jetzt kommen spirituelle Gedanken. Achtung. I know that the most people, they are just stuck. Of course, some people are fine and happy with what they are doing. Ja, jetzt sagt sie halt, eigentlich alle oder fast alle Leute sind, stecken fest in ihren, nur sie ist so ganz frei. Ja, also, wie gesagt, wenn sie sich nicht so über andere stellen würde, das macht der Julian ja auch ständig. Also, ich weiß gar nicht, ob das dazu gehört zu dieser Sekte oder wo die da sind, keine Ahnung. Ähm, wäre ja alles gut, ne? Aber gut, letzten Endes schätze ich halt über andere, kann einem auch egal sein. Ähm, aber, äh, ist immer die Frage, wenn man denkt, man ist völlig frei. Wovon ist man dann nicht frei, ne? Also, sie ist ja auch nicht frei von, äh, Schönheitsidealen, die sie meint, dass es gibt. Sie ist scheinbar nicht frei von dieser Arbeit, die sie macht, die ja auch, ähm, was ich glaube nicht, dass sie das immer Spaß macht, äh, auf OnlyFans zu sein. Aber gut, wissen wir jetzt nicht, ähm, und, ähm, ja, es ist, also ich bezweifle, dass irgendjemand hier auf der Welt frei von allem ist, also, und oft, wenn man denkt, man ist total frei, weiß ich nicht, steht man entweder gerade unter Drogen oder kriegt irgendwas gerade nicht mit, würde ich mal sagen. Ja, also sie ist ein ganz freier Mensch, aber sie hat auch ihre täglichen Routinen. Ja, also sie ist ein ganz freier Mensch, aber sie hat auch ihre täglichen Routinen. Gut, ja, manche, da stimmt natürlich, manche Menschen saugen die Routinen das Leben raus, absolut richtig. Und, like, where did I start? I start from the point that I'm doing things that I didn't feel just since yesterday, you know. I've been feeling this for a few months now. And if this is not released, then it's gonna take your energy. Everything about energy. And I want my energy. I want to be fulfilled. And sometimes I'm not. And it's okay. And so I do. I do what it's calling me. And it doesn't matter what it is. Yeah, also die Macht, wonach sie gerufen wird, das sagt Julia, das sieht man ja auch immer. Das Problem dabei ist, das kannst du auch einem Junkie sagen, der sagt dann auch, ja, aber ich will mal eine Drogen nehmen. Das ist immer das Problem. Natürlich kann ein Junkie sagen, so ich hau mir jetzt jeden Tag hier irgendwie eine Line rein und ja, aber es hat halt Konsequenzen, du kannst die Konsequenzen nicht ignorieren. Und da, also wenn man so eine Extremposition einnimmt und deswegen nehmen sie wahrscheinlich auch alle Drogen da, offensichtlich, ja, sagst du halt, ja, dann, weiß ich nicht, fühle mich heute heute nicht, nehme ich halt Drogen irgendwie, aber leider ist so ganz so, ist die Welt dann leider doch nicht. Ist dann vielleicht nicht so ein gutes Vorbild, aber naja. Ja, zehn Tage im Peru, wahrscheinlich auch irgendwelche Drogengeschichten, kann sie machen, aber was macht sie ja mit ihrem Kind, schleppt sie das mit irgendwie, also das ist halt das Problem, du, wenn du für irgendwelche Lebewesen verantwortlich bist, ja, ist das halt so schwierig mit der eigenen Freiheit, ne, und also da, das finde ich halt super problematisch, also wenn man das so, also selbst wenn man das Ganze allein für sich macht, glaube ich, wird es immer Sachen geben, wie gesagt, wie schon Julian das ja auch macht, ne, ich habe Bock Kühn am Eins in die Fresse zu hauen, haben wir es eben gemacht, ich weiß nicht, ist es halt letztlich, die reden zwar alle immer von Liebe und Liebe und können das ja auch so fühlen, aber es ist letztlich halt extrem egoistisch. It doesn't matter, you just need to do what it's calling you, until you do it, you are not free of your thoughts. Ja, okay, da kommt schon was anderes, ja, Love Revolution, wunderbar, das wollen wir uns nicht mal angucken und One Möpsies haben wir auch schon gesehen mit dem Balken drüber, ja, sie sollte wirklich auf jeden Fall alle zwei Monate eine Brust-OP machen, das ist bestimmt richtig gesund, wenn man da drei Kilo Plastik im Körper hat, aber gut, dann blende ich noch mal ein Foto ein, das, es wird auch schon ein bisschen rumgegangen, bei den Reaction-Leuten da, Akte X, der Influencer und Real Trash Talk, da sieht das so aus, did not say yes, I just gave her hand, also, dass sie zu der Verlogung nicht mal ja gesagt hat. Ja, also, was ja auch total dazu passt, also, aber das ist oft eine häufige Dynamik in solchen Beziehungen, ich will das jetzt auch gar nicht labeln, aber, dass da einer ist so ein Fantasiemodus, die Frau heirate ich jetzt, die rette ich jetzt, also da, ich sammle jetzt Geld, damit sie keinen OnlyFans mehr machen muss, die macht OnlyFans quasi Bock drauf oder, weil, weiß ich nicht, weil ihr das viel mehr Geld gibt, als je jemand spenden könnte oder vielleicht macht sie auch Spaß, also, sie macht einfach, was sie will und du kannst sie da auch nicht einfangen so, ne, also insofern, wie ich schon sagte, habe ich ja schon beim ersten Mal gesagt, das wird garantiert nicht passieren und dann ist natürlich auch, wenn wir meinen, sie wären jetzt wirklich so richtig verlobt, ich meine, schon irgendwie, zumindest oberdreißig, dass der eine hat keinen Bock zu arbeiten, sammelt Geld, was sozusagen und sie, also er kauft davon einen Diamantring, sie die nächste Schönheits-OP, ich meine, wenn die so close wären, könnte sie mir auch Geld geben da, ne, für seine Mutter oder was, also das, aber das ist dann wieder auch alles nicht, ne, jeder dreht sich nur um sich und macht sein eigenes Ding, also das, ist das die Welt, die wir haben wollen, ich frage euch, vielleicht wollen das alle, vielleicht ist das einfach nur noch kreuz und quer, kein Commitment, vielleicht ist das jetzt die neue Zeit, was denkt ihr, ich bin gespannt und wir sehen uns bald wieder, ciao lieben.